halli hallo meine lieben wir sind wieder da heute wieder zu zweit wir waren gerade eben bei kick und haben viele schnäppchen zu 10 cent und unter anderem und werde ich heute auch mit drehen und deshalb machen wir das gleich damit wir das alles dann aufräumen können und ja nicht so rumliegt wie sonst immer sie zeigt stickers und sowas für kinder sind und ich zeige weihnachtssachen ein noch anziehen sachen oder ich meine zum anziehen oder für die haare beauty ist auch mit dabei und deko habe ich auch mit so viel spaß mit unserem video so willst man anfangen erstmal essen ist nicht so viel kannst du zeigen alles in centen was sie jetzt zeigt einmal von ostern an diese wie jelly beans ja was du zeigst kannst du hier zur seite packen musst du auch sprechen was das ist dann ostergras erstbares einmal grün einmal gelb zwei mal schoko ich muss gleich niesen so kannst du zeigen einmal zum essen caugummi sie sind mit welcher geschmack denn mit truppi karl das ist ananas und andere habe ich ja gesagt 10 cent ein schnapp an muss ich gleich mitnehmen für sie und die schwester und auch für die beiden dann einmal kaprisone zitrone das war es dann von essen jetzt kommt stickers und alles für die kinder kannst du zeigen bücher auch und so sehr süß und die noch zwei bücher für die bruna noch ein anderes wie kannst du den buch zeigen auch hat sie sich diese kugelschreiber für zum kindertag für die schwester geholt kannst du gleich alles zeigen das ist für sie hat sie sich selber ausgesucht in diese wunderschönen farben anstatt 1,50 cent wollte sie unbedingt haben mit glitzer auch genau das für die schwester dieser armband man kannst du mal zeigen wie man das macht auf die hand auf die so die ist sehr schön alles sind sind wie gesagt gibt es zwei farben auch für die bruna zum kindertag und diesen weil sie liebt gerne einörner dieser mit dieser gelbe stift und dieser armband und ein kleines büchlein hat sie sich selber ausgesucht für die schwester zwei kugelschreiber in diese giraffe muster sehr süß klein für die kinder hände er für die bruna aber die wir wirklich wollte wollte die gelbe und die schwester die pinke ein clown nase zum fasching haben wir gerade auch weil wir wir waren heute zu zweit da sie seitdem wir diese krise haben war sie nie draußen nur am ostersonntag bisschen spazieren und heute dann und nie und dann als ich geburtstag hatten wir waren wir nur draußen wegen fotos machen und heute war sie mit mama unterwegs also dass ein schleim von nickelodeon anstatt 399 dann 10 cent diese grünen dann hat sie noch kleine kleine von bolliland die sind normal ganz teuer ganz teuer und die waren auch dafür die 10 cent alles oder 50 50 cent ja 50 cent so ein klein aber die sind diese von bolliland einmal ein panda diese auch wie ein hundchen und eine haffe und zwar eine kleine schwänchen schweinchen zu 50 cent alles jeweils so jetzt kannst du das erstmal zeigen zum spielen gab es auch was da war ein anderer aber sie wollte nur eins weil wir den nerf schon haben die originale und vielleicht ist das für die schwester ist kleiner für sie dann mit zwei schaumstoff pfeilen anstatt ich glaub drei euro oder vier ne war da ein euro nur kannst du zum schluss machen erst die kleinen laptop stickers groß sehr groß alles zu 10 cent wie gesagt einmal von mini und die daisy einmal die ganze familie mit dem haus und noch von winnie pooh passt für die brunner weil sie hat so ein laptop dann ganz viel stickers kommen jetzt kann ich auch welche zeigen oder was nicht zeigt das mal buch mandalas mit erbs nicht ererbst so muster oder so mit blätter und so jetzt kannst du die zicke die zicke die zicke ganz alles sein ja kannst du so vielleicht hast du von mini dann kannst du so machen jeweils in eine hand rein damit es schneller geht und die noch sind tattoos und stickers wie gesagt das sind tattoos von die prinzessin ganz viele stickers tattoos auch viele hat sie sich selber ausgesucht dann noch hier hunde stickers und katzen auf die andere seite haben wir gar nicht gesehen da gibt es katzen wir dachten wären nur hunde kannst du dich katzen nehmen und bruna kann dann die hunde nehmen hat diese noch von jack die piratin heißt das von uncharted oder wie das heißt diese ganz schöne stickers für mädchen eben das auch für die bruna mehr jungfrau diese pop up stickers für die schule dann sie kommt im september marschauen in die schule für die sachen zum beschriften namens etiketten dann auch hier das ist mehr jungfrau und ein an mehr jungfrau oder gibt es keine prinzessin ein regenbogen hier noch eine das da ja dann noch hier schablonen ganz viele und ja und auch stickers schablonen und stickers auf die andere seite musst du nicht alle zeigen kannst du nur so zwei oder drei zeigen gibt es auf die andere seite immer verschiedene stickers weltraum stickers und jetzt kommt meine seite hast du alles gezeigt jetzt ja nicht ach so das ist für dich hast du die selber ausgesucht wie heißen die scrunchie die neue trend mode jetzt anstatt 1 euro dann alle 50 cent jeweils in mädchenfarbe dann macht sie auch gerne zebra oder leo muster jeweils 50 cent wie gesagt da hast du jetzt genug dann auch die schöne snickers anstatt 1299 für 499 kannst du in die nächste woche montag soll sie in die schule gehen für zwei stunden zweieinhalb stunden und dann wollte sie die mitnehmen und die noch und die sind sehr schön für 499 anstatt 1299 sehr schön mit leo muster und ja größe 38 trägt sie schon große füße wie die mama dann noch hier socken für sie weihnachtssocken noch für 1 euro vier stück das heißt 25 cent ein paar sehr günstig was denn ach so das weihnachtenssachen kann ich dann zeigen oder das kannst du beide zeigen jetzt kommen weihnachtssachen kannst du beide zeigen das ist für dann für die adventszeit und die auch 10 cent alles die auch 10 cent von 1 bis 24 dann zwei solche dekoartikel für weihnachten zum weihnachten normal mit leder aber kann man auch so benutzen ist auch schön trotzdem die ist noch drin aber hier fehlt das schon aber jetzt noch kann man so ein kleine batterinchen drei machen und ja sehr schön so dann hier so eine geschenkwand für weihnachten auch solche muster das ist geschenkt papiertüten dann gibt es hier so eine so ein schönes in rot zum weihnachten mit glitzer warte mal und dann gibt es vier rollen geschenkpapier rollen für weihnachten halt mal fest einmal die muster diese für die kinder ich hatte noch andere habe irgendwo auf dem weg verloren weil ich hatte das in meine tüte gepackt mit rennchen rentier und die noch verwachsen oder so steht merry christmas oder happy new year ganz schön mit goldner schrift da wären es das war es dann fast wir haben jetzt ganz viele deko nicht so viel naja paar für kerzen und so zwei verschiedene farben jeweils 10 cent alles den klein für die großen kerzen und die zwei in rosa dreimal rosa für den flur und diese in grau kann ich hier für mein wohnzimmer die zwei kleine und ein großes für die kerzen oder für den tisch wenn wir irgendwo weil zum weihnachtsfeier oder so kann man auch diese kerzenhalter dann noch zwei geschenkbänder mit sternchen kann man auch zu weihnachten oder auch nicht und so eine ganz normales weißes und jetzt habe ich noch juckt alles jetzt habe ich noch ein paar masken auch zu 10 cent alles face maske mit vitamin mit zitrone einmal die dann auch so ein face mit glas hier das heißt mit gleich war gleich wasser ja ich weiß noch nicht was das ist so eine auch zu 10 cent dann mit kollagen warte mal mit aktiv kohle noch hier mit wie heißt das mit 3 3 klei auch so ein ein hand maske warte mal ein and maske und ein maske so ein maske genau sieht sehr schön aus ein maske genau für die augen mit kollagen auch ja mein lieben kannst du jetzt zu machen ja mein lieben das war es dann von mir nicht von mir von uns schlaf gleich ein ich bin ein bisschen müde heute ja das war es dann von uns wir hoffen sehr unseren ach so die habe ich auch bei 50 cent hatte ich jetzt fast vergessen die trage ich ja schon diese ohrringe mit ernst passt ganz gut für morgen zum muttertag ich werde das video morgen hochladen und ja wir wünschen euch noch einen schönen tag und wir sehen uns demnächst tschüss